ja hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal arctic monkey mein name oder auch peter jan wie ihr da oben sehen könnt wir spielen dark souls 3 ja mal wieder ein let's play von mir es ist ein es ist eigentlich kein richtiges let's play ich zock das einfach so aus ja ich habe das schon angespielt bzw ich habe schon eigentlich ja ja die spielaufzeichnung ist derzeit angehalten stimmt gar nicht wie gesagt ich habe schon angefangen ich habe glaube ich schon ich weiß nicht der erste der erste ist das ein boss zählt der jeden fall drei bosse insgesamt gekillt und jetzt bin ich hier gerade wieder an der neuen stelle voll am verzweifeln so ich bin jetzt hier gerade in am firelink schreien ich habe 2331 seelen wie ich gerade sehe ich wollte mal was nachgucken da oben ist wohl so ein fregel und irgendwann kann man später bei dem wohl die rüstungen kaufen wenn man bosse gekillt hat aber der hat immer nur gesagt ja die wandlungsofen das ist das ding was ich eben bekommen habe worts großhammer und hohe priesters links auge achstors speer 1000 höhlenschlechter großschwert großschwert greatsword ich habe bei dark souls 2 habe ich auch hauptsächlich am anfang erstmal die helle bade benutzt die war auch sehr overpowered und ich konnte die gegner gut auf distanz halten und dann bin ich auf das großschwert umgestiegen na gut ich muss wohl die ganzen seelen der bosse jetzt wohl behalten und kann mir dann später anscheinend dann bessere sachen leisten ohne das wissen ich habe von dem jetzt wieder was neues gekriegt wahre stärke entfalten cool bei dem kann man immer einmal so gratis aufwerten war es voll geil das ist voll super ich glaube nach jedem boss kann man das machen noch mal boah fett belastbarkeit vielleicht oder kondition stärke alter geil wie geht das ich verstehe das nicht aber ich finde es gut ich verstehe das nicht aber ich finde es einfach grandios dieses spiel ist echt knorke hören wir mal auf hier mit dem glaber und dem organisieren senkengrube gibt geht es da überhaupt weiter das ist jetzt die frage die die frage aller eigentlich eigentlich nicht und toten siedlung da müsste ich eigentlich wieder hoch gibt es hier keinen weg nach oben ach so ja ich bin ja ein bisschen zu schwer deswegen bin ich so langsam obwohl ich bin immer noch so ziemlich schwerfällig ich glaube ich muss mal langsam meine geschicklichkeit oder belastbarkeit erhöhen ok 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 dinger kann man nicht kaputt machen sie so aus als kann man da rumlaufen aber ich weiß nicht wie man da hinkommt oder ich muss wieder an den anderen punkt zurückkehren ich wüsste nämlich so ungefähr band der wirbelsäule darbieten band der wirbelsäule im inventar nicht vorhanden ich brauche hier irgendeinen gegenstand wohl ok das band der wirbelsäule ja dann reisen wir mal ganz kurz hier zur abbruchreifenbrücke wenn ihr irgendwelche sägegeräusche im hintergrund hören solltet das sind unsere verkackten nachbarn also nicht direkte nachbarn sondern irgendwo in der ferne die nachbarn so jetzt muss ich aufpassen aber ich kann schon wesentlich mehr einstecken irgendwie glaube ich kann ich mehr einstecken kommt her mit bass auf den ohren hört sich das irgendwie geiler an kann man die backstablen nein so da oben ist jetzt scheiße weil da kommt jetzt gleich so ein köter na der sprengt hier normalerweise direkt runter ist so schwer hier da hinten sind so drei diese kolosse ich weiß oh ein wichser du hast mich jetzt da runter gespielt da muss ich tatsächlich nicht fuck ich will diese viecher da hinten töten aber die sind so hart irgendwas läuft hier rum alter ich höre Schritte so ganz nahe Schritte was ist mit dir alter ich lauf da jetzt einfach mal so hin alter wie der zielen kann kann ich mit dir reden man der macht einen mut der aber geile klamotten alter geile schade dass er nicht so viel zu erzählen hat soll ich mal hier reingehen kann man oder soll ich da mal aufmachen wenn ich da aufmache alter komme ich bestimmt direkt okay vielleicht habe ich hier äh hey was ist denn das denn wird das ist doch der zwiebelkopf was ist mit dir los oh pardon me i was absorbed in hehehe i am zeigbert of katarina to be honest i'm in a bit of a pickle have you ever walked near a white birch only to be struck by a great arrow huh well if i'm not mistaken they come from this tower uh huh whoever it is i'm sure i can talk some sense into but i have to find a way up and that's just the trouble this lift only goes down you see and well that doesn't get me anywhere hmm hmm this lift only with a lift i got to you hmm okay ich kann das nicht benutzen hmm this lift hmm 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 hm 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 oh ok und jetzt Ich heil mich mal, ey. Ich weiß nicht, was hier auf mich wartet. Guck mal erstmal, ob es hier Geheimgänge gibt. Hey! Nö. Aber wenn ich jetzt diesen Wichser erledigen kann, der immer diese scheiß Speere auf mich wirft. Boah, das wäre geil. Der ist das? Wer bist du? Ich helfe irgendwann. Ich heil mich nicht. Ich heil mich nicht. Okay. Was ist denn mit diesem jungen weißen Zweig, ey? Da muss ich mal gucken. Verwandeln in Umgebung einzufügen. Ach so. Ah. Ich verstehe. Boah, dann machen wir das mal direkt. Aber warum? Das war es jetzt, oder was? Jetzt wirft er keine Pfeile mehr. Oder muss ich mich jetzt hier als Pfeil verwandeln und mich darunter werfen lassen? Das wäre ja geil, Alter. Wo bist du, du Otto? Ich habe alles geregelt, ey. Wo ist der? Ist der jetzt etwa wieder runter? Nee, ne? Wo ist der? Och, du Blödmann. Ich habe Angst, da jetzt runterzufahren, ey. Dann verreck ich bestimmt. Hey! Ich habe den gehört, aber ich habe den nicht gesehen. Oh, fuck, Alter. Warum ist hier kein Leuchtfeuer? Warum? Warum? Sieht alles nach einer Falle aus, hier, ey. Oh, shit. Wow! Boah, was für eine Ratte. Fuck! Nee, ne? Ich habe damit nicht gerechnet. Aber das regt mich jetzt wieder auf, Alter. Wichser! Wichser, Blöder! Boah! Boah, jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Ah, ist aber kein Problem, ey, ja? Ja, aber klar, na, da. Ja, fickt eure Knie, Alter. Oder fickt euch ins Knie. Aber warte mal, ich kann da, glaube ich, jetzt aber langlaufen, ohne dass mir irgendwas passiert. Aber scheiße, der Weg ist auch kacke. Nur voll viele Gegner, ey. Ich kann mich nicht entscheiden. Jetzt habe ich natürlich wieder weniger Energie. Ja, fickt euch. Kriege ich auch wieder mehr Schaden. Komm, glutscht eure Nüsse. Kein Pisskinders. Ja! Boah, wie die alle da rumlaufen. Ach, komm, leck mich! Verkackter Pisser, wo ist der Dicke? Boah, wo ist der Fotzkopf, ey? Haut der einfach ab. Krasser Wurstficker. Und kriegt er, kriegt er das mit, dass ich hier bin? Ja. Fickloch, Alter! Fickloch! Ö, 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 ö. Nicht mit mir. Hey, nicht den Rücken zudrehen, du Wichser. Guck mal, Alter, der zeigt sich nicht. Der hat Schiss. Der weiß, dass ich da eine Brandbombe in der Hand habe, Alter. Was für ein Hurensohn! Ach, komm, ey. Das gibt's doch nicht. Wie hart bist du? Wie hart bist du? Ich hab' den getötet und ich hab' irgendwas gekriegt. Ich hab' den auch getötet, aber das bringt mir doch nix, ey. Ich bin auch tot. Ich bin tot. Er ist tot. Ich bin tot. Okay. Äh. 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 Hello, darkness be my friend. Ist das Schwert wenigstens geil? Boah. Was macht das? Ist aber schwerer. Ist aber schwerer. Boah. Boah, geil. Geilo. Warum hab' ich jetzt hier an der Seite noch ein Schwert? Sag' nicht, ich schlepp' jetzt echt zu viele Sachen rum, Alter. Geil. Ich mach' jetzt auch Frostschaden und so'n Scheiß, glaub' ich. Boah, der trifft auch immer, ne? Werde ich echt immer noch verfolgt? Boah, Alter, was? Tschüss. Wichser. Eben ist er mir nicht so weit gefolgt. Warum höre ich den hier? Wo ist der denn? Ich höre den. Ich seh' den nicht. Wo bist du, Digi? Guck, ich geh' jetzt hier runter, dann hör' ich wieder. Irgendwo hier, Alter. Ich muss da, glaub' ich, auf dem Weg da mal runterspringen. Und zwar... Jetzt. Hä? Oh, don't disappear like that. You have me downright worried. Just to use... Hm... 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 Kann ich da runter? Ja, kann ich. Bringt mir das was? Boah. Ups. Guck mir. Junge. Was ist das für'n Riese? Den krieg' ich da niemals hin. Wahrscheinlich hat er auch noch wieder tausende Leute da als Unterstützung. Boah, krass, Alter. Oh. Warum? Well, es ist zu langt, jetzt. Ich bin Sigbert von der Neistra Katermeeter. Ich schweiz auf seinen Seite. Ich bin tot. Oh. Ouch. Ouch. Jawoll. Boah, das war krass, Alter. Okay. Ist hier nicht irgendwo vielleicht noch ein Leuchtfeuer? Wäre mal so ein bisschen angebracht, wie ich finde. Eine bleiche Zunge. Nordhand-Rüstung. Endlich mal eine Rüstung gefunden, ey. Ich laufe die ganze Zeit schon mit der Standard-Scheiße rum. Oh Mann, ich müsste eigentlich irgendwo mal langsam Leuchtfeuer finden, wie ich finde. Müsste ich mal was finden. Naja, da oben, der da, der fällt runter, Alter. Das sage ich dir jetzt schon. Ah, komm. Doch nicht. Sieht aber so hinterhältig aus. Where are we now when I need you? Wichskinder. 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 Blöde kleine Wichskinder. Warte, diese rote Käferkacke hier. Was kann ich damit machen, Alter? Ist das zum Heilen oder was? Wo ist denn das? Ach. Stärkt. Stärkt dies. Stärkt das. Ich bin doch fast am Arsch, ey. Ich glaube, ich kann mir hier schon mal so einen Heimwehknochen da holen, Alter. Oh weia. Das sieht dangerous aus, ey. Das sind diese dicken, Alter. Diese Wichskinder dicken, Alter. Weißt du, was? Oh. Oh. Wow. Ich glaube, der hat das gecheckt. Flint's Ring. Ich habe einen Ring gefunden. Cool. Ich will aber ein Feuer finden. Leuchtfeuer. Oh. Oh. Oh, oh. Alter, Heimwegknochen, komm. Was ist das hier für ein Ort? Nochmal ein Heimatknochen. Ist das wieder der gleiche Turm? I don't know. Alter, wie soll ich denn jetzt hier runterkommen? Ich habe doch kaum Leben, Alter. Was? Boah, ey, fuck. Ah, ich kann das hier benutzen. Mach ich mal folgendes, weil ich weiß, je schwerer ich bin. Oh, warte mal, ich guck mal kurz, was dieser Flints Ring hier macht. Aha, geil. Ich spring da jetzt mal runter. Boah, wie sehe ich denn aus, ey? Voll geschändet. So, ich muss da rüber springen. Boah. Boah, geil. Da ist noch was am Ende. Chlorantiering? Ach, geil. Ich finde hier alles möglich auf einmal. Der ist doch, den kenne ich doch. Erhöht Ausdaueregeneration. Ja. Warum trage ich das eine Schwert bei mir? Ach, das ist die, das ist die Schwertscheide. Ach. Er hat Scheide gesagt. So heißt das, liebe Kinder. Hier sind wir. Könnt ihr euch noch erinnern? Hö, hö. Da unten ist das Leuchtfeuer. Und hier kann man sonst nichts mehr machen, ne? Hier geht's nicht mehr weiter. Alles am Ass, Junge. Boah, was da wieder los ist, ey. Der wirft jetzt aber nicht mehr mit den Dingern, ne? Oh, doch. Oh, dann bleibe ich halt hier stehen. Kriege ich, äh, geil. Wenn die jetzt alle mal langlaufen, dann kriege ich die ganze EP dafür. Ist ja voll praktisch. Uh. Ich dachte, der hört auf damit. Ach, korrekt. Ja, ist ja praktisch. Jetzt verstehe ich das. Ich habe mich schon gewundert, weil es mir schon öfters mal aufgefallen. Ah, warte mal. Hier kann er auch hinwerfen, Alter. Ich habe Angst. Ne, ich gehe da nicht hin. Das trifft er, sonst wirft er auch noch wieder auf mich. So, weißt du was? Das hilft alles nichts. Ich muss jetzt nach Hause zurück. Ich muss mal, äh, gucken. Guck, guck, guck. Entweder ich pimpe jetzt mal einen, achte mal, ich guck mal kurz. Was ist mit dem da oben? Ich, ich liebe diesen Zwerg da langsam. Der hat, glaube ich, äh, paar Jutesachen am Start. Aha, ach so. Wandlung. Was kann ich wandeln? Ich habe nichts zum Wandeln. Du hast einen Ring. Hohe Priesters linkes Auge. Generiert TP mit Folgeangriffen. Was brauche ich dafür? Ach, ich brauche die Seelen. Ja, steht ja da. Ohohohoho. Fuck. Hüllenschlechter Großschwert. Weißt du was? Nehmen wir das? Ich brauche dafür 18 Stärke. Oder was ist das? Ne, mal nachgucken. Geschick. Ich brauche dafür Geschick. 18 und ich habe 14. Aber ich kann ja pimpeln, aber ich guck erst mal. Ach Gott, ich bin aufgeladen. Ich guck mal, was hier den kohlenfrostigen Schwerchen machen. Waffe verstärken. Ah, schade. Warte mal, was brauche ich denn dafür? Funkeltitanit. Ja, war ja klar, Alter. Ich kann nichts verstärken. Durchwirken. Aha, die Waffe, die ich habe, die kann man nicht durchwirken. Die helle Bade könnte ich durchwirken. Ich könnte da Feuerschaden drauf machen. Ich kriege dann nochmal 108 zusätzlich Feuerschaden. Oder ich gehe auf Crude. Crude. Helle Bade. Dann mache ich mehr Schaden. Hab aber... Was ist das? Blitz. Gealterte oder was? Ich könnte jetzt daraus ein feuriges Langschwert machen. Ah, scheiß ich gar nicht. Scheiß ich gar nicht. Auf, du. Aha. Ich habe jetzt ein Krugenschild draus gemacht. Ne, ich habe jetzt was. Ich mache jetzt... Ja, ich mache das hier. Sehr geil. Ist mein Witterschild wenigstens ein bisschen. Ausrüstung reparieren. Nichts zum Reparieren. Da ist das Flakon zuweisen. Naja, ich lasse das mal. Ich... Abbrechen. Einfach, äh, verstärken. Ich habe nichts. Krass, ey. Die benutzt man nochmal, die ganzen... Ach, da. Wie geht das? Warum geht das nicht? Was ist das? Hä? Aber das funktioniert ja gar nicht. Was habe ich... Was habe ich stattdessen? Funktioniert nicht. Ach, wahrscheinlich, weil das angeschlossen ist. Über Kabel. Was ist damit? Ne, wechseln. Das war das mal. Ja, ich habe... Was ist damit... Das war's. Das war's. Aha, cool, dann wechsle ich das hier auch noch mit einem anderen Anstoßen, ne sowas habe ich ja schon, wenn dann das hier, cool, okay, du hast nichts, was ist mit dem anderen Typen da, wahre Stärke entfalten, geil, das geht schon wieder, wieso geht das, ich muss meine Belastbarkeit leider erhöhen, Geschicklichkeit normaler, oder soll ich, ach komm, ich mache jetzt Geschicklichkeit, ja, so, dass man so oft bei denen leveln kann, ich verstehe es nicht, wenn ich so dickere Gegner gefehlt habe, glaube ich, mit dir kann ich auch nichts mehr anfangen, habe ich dann hier noch irgendwelche Seelen, ich weiß gar nicht, wie viel die mir geben, benutzen, um Seelen zu erhalten, benutzen, um kleine Menge Seelen zu erhalten, ich gehe mal kurz zu der Tante hier nochmal und verkaufen, nochmal ein paar Sachen, verkaufen, werde ich das benutzen, wahrscheinlich nicht, werde ich die Peitsche benutzen, nicht, aber ich finde es so lustig, Großkeule, ja geil, alter, die könnte ich sogar direkt benutzen, alter, fett, so, weißt du was, den Rest, den packe ich in meine Lagerkiste, ich habe ja so eine Lagerkiste, äh, Waffen, ich möchte jetzt das Schwert hier, obwohl das lasse ich noch, äh, warte, wie komme ich da wieder zur Kiste, das lasse ich drin, ah, gibt mir hier, ich tue die verstärkte Keule weg, die Großkeule tue ich weg, Großaxt, das Großschwert kann ich noch nicht benutzen, das, 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 der blaue Pfad, okay, was ist das, bleiche Zunge, okay, jetzt, da bringt mir das nichts, da brauche ich irgendeinen Knochen für, glaube ich, ich, äh, überleg mal gerade ganz kurz, äh, wie es hier weitergeht und dann melde ich mich zurück, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Erste und, äh, bis zum nächsten Mal, euer Peter, ciao, ciao.